Hey hoi Leute, was gehabt? Ey, bis jetzt wieder Eierkaufsberaten bei Reindrassig und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Splatoon 2. Ja, Splatoon 2 und heute spielt man mit dem Quasto und ich hatte, war auch gleich, denke ich mal in den letzten Part so schlecht, weil ich die Hauptausrüstung nicht ausgerüstet habe. In Mario Kart weiß ich gerade nicht genau, warum ich so schlecht war. Und ja, heute will ich auf jeden Fall über ein ganz, ganz ernstes Thema reden, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr ernst. Nicht lachen oder so, nicht sagen so, hey, das ist ein Spaß oder so. Das ist nicht ernst so. Aber ich finde, das ist sehr, sehr ernst. Und zwar geht es heute in ein paar Jahren um YouTube selbst. Wie sie das entwickeln wird. 2019 früher hat die, wie soll ich sagen, die Chefin von YouTube gesagt, ich weiß gerade nicht genau, wie die hier ist, dass YouTube komplett verändern wird. Genau. Sie hat ja immer solche Vlogster geschrieben, keine Ahnung, irgendwelche irgendwelche Dinge dann für YouTuber und Zuschauer. Und ja, in diesem geht es ja, wie soll ich das sagen? Und YouTube selbst, genau. Und sie hat gesagt, dass alle Kanäle von YouTube im Frühjahr 2019 gelöscht werden. Ja, das ist sehr, 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 sehr krass, auf jeden Fall. Alle Kanäle, außer bestimmte Firmen, zum Beispiel Fernsehsendungen oder so, ProSimo oder so, keine Ahnung, die werden nicht gesperrt. Die werden immer noch erhalten bleiben. Aber so zum Beispiel mein Kanal oder andere Kanäle wie Nintendo Splatters Kanal ja, werden geplant gelöscht sein. Und ja, das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Und dafür will ich von euch, dass ihr auf allen Plattformen, Twitter, Facebook oder WhatsApp oder irgendwas, dieses Video teilt und unter den Hashtag Hashtag SaveYourInternet kommentiert. Und auch noch, ich denke mal, ich werde auch das machen. Ich habe euch noch einen Link, ich denke mal, das haben wir schon andere, ich habe auch noch schon gemacht, dass ihr dann unterschreiben könnt von YouTube selbst, von, ich weiß gar nicht genau, wie die überhaupt noch mal heißt, aber ich habe einen Verlinken mal unten in der Bibelbeschreibung und da können wir unterschreiben, müsst euch anmelden und so mit deiner E-Mail und so, habe ich schon selber gemacht. Und da könnt ihr unterschreiben, müsst ihr denke ich mal auch noch favorizieren und so alles. Und, ja, und dann können wir vielleicht noch etwas bewirken. Ich hoffe, wir können auch irgendwas bewirken hier, dass YouTube hier nicht gesperrt wird. Ich hoffe mal nicht, weil ich will auch auf jeden Fall viel, viel mehr auf YouTube machen. Ich gucke auch sehr so oft YouTube so, äh, YouTuber. Und ich will nicht, dass diese Plattform, coole Plattform, ja, gelöscht wird. Beziehungsweise nicht nur YouTube ist getroffen, denke ich mal, sondern auch vielleicht, ich weiß nicht genau, ob andere auch noch betroffen werden, schreibt es in die Kommentare, vielleicht auch Twitter und so. Und ich hoffe, dieses Match haben wir jetzt gewonnen. Das wäre sehr, sehr schlecht, wenn wir es nicht gewonnen haben, aber es sieht gut aus. Ja, das ist sehr, 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 sehr tragisch. Das, ja, boah, das haben wir ja richtig heftig geraucht. Sehr, sehr tragisch, dass alles gelöscht wird. Alle meine Videos werden auch gelöscht werden. Geplant, das ist so. Oder, oh, die waren so schlecht, weil die einen Disconnector haben. Achso, hab ich gar nicht gemerkt. Ich hab's gar nicht gemerkt. Und ja, ähm, na ja, ich werd noch mal weiter im nächsten Match darüber reden. Dieses Match haben wir auch immer gelockt, aber, ich find's echt traurig, dass sich YouTube so entwickelt hat. Okay, genau, wo ich den Cut gesetzt habe, ging's direkt weiter. Alles klar. Ja, schon wieder Kippen-Schützen-Fisch. Geile Sache. Und ja, letzte Woche kam, ja, kein Super Mario Galaxy. Es tut mir leid, ich konnte es nicht bringen, ähm, weil meine, ja, weil ich so dumm war, um die Remotes aufzuladen. Sehr, sehr scheiße. Und Leute, ich kann übrigens nur auf die Kommentare reagieren, ähm, äh, am Wochenende. Wenn da nehm ich auf und da kann ich dann, also beziehungsweise ihr könnt Kommentare schreiben, aber ich kann die erst im Video sagen, also im Video beantworten, ähm, ja, wenn ich das dann aufnehme. Oder ich nehm eigentlich alle Videos vor politisch am Wochenende, weil ich am meisten Zeit habe, natürlich. Äh, keine Schule und so. Und dann lese ich auch alle Kommentare so vor. Keine Ahnung. Ich hab aber gerade nichts so dabei. Ich hab grad vergessen, so, die Kommentare. Ich denke mal, ich hatte sogar keine Kommentare. Und die Musik ist eigentlich auch sehr, sehr cool. Es ist sehr, sehr traurig, dass so sich YouTube entwickelt hat. Sehr, sehr schade, dass alles gelöscht wird. Man kann natürlich noch, äh, Spiele spielen und so, aber nicht mehr aufnehmen. Und ja, genau, dann könnt ihr auch nichts machen. Könnt ihr auch meine Videos nicht mehr gucken. Das ist ein bisschen schade. Sowieso guckt niemand meine Videos irgendwie, keine Ahnung. Naja, Spaß. Ey, ich will's ja nur so sagen, keine Ahnung. Aber ja, ich find's eigentlich schon wichtig, dass wir irgendwas bewirken können, dass YouTube noch an uns stehen ist. Dass YouTube noch da wird, bleiben wird. Ja, genau. Genau. Das ist klar. Coole Sache. Ja, ich hoffe, es wird mal nicht gelöscht. Ich hoffe, es wird nicht gelöscht. Es wäre sehr, sehr traurig. So, warum ist hier alles grün? Warum ist hier alles grün? Komisch. Ja, das wäre es eigentlich auch schon zu dem Thema. Ich hab auch schon überall hier geschrieben. Ich werde vielleicht noch ein extra Video machen, vielleicht. Denn das Wetter macht ja, denke ich mal, auch noch ein Video. Und ja, genau. Genau, genau. Das Gute ist, alles war geplant. Oh, ich bin noch erwischt. Alles war geplant, hochgeladen worden. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ja, Leute, ich weiß, ich bin sehr, sehr weit hinterher von anderen YouTubern. Die anderen YouTuber sind schon sehr, sehr vorne. Ja, worüber rede ich? Ich rüber über Mario Party. Ich bin da sehr, sehr weit hinten. Und das liegt einfach daran, ja, weil, weil, ja. weil ich noch andere Projekte habe und ich hab auch keine Zeit, dass alles, äh, wenn ich halt keine Projekte habe, dann könnt ihr das eigentlich auch jeden Tag machen. Mache Party, aber ich hab auch noch viele, viele andere Projekte. Und das haben wir wieder gerockt. Coole Sache, weil ich grad selber schlecht bin. Ich weiß gar nicht genau, warum. Nee, der Gefühl ist der schlechteste, ja, ungefähr. Die hat schon wieder ein Diskidektes da los, Alter. Ein Gegnerteam. Alles klar. Ja. Genau. So. Oh, Arena und Kampfer hatten wir nachdem, das jetzt. Okay, dann gucken wir mal, was so immer ran kann. Was vielleicht, geh hier da rein. Mal gucken. So. Dies war wieder ein Starkampf, äh, ich hab jetzt irgendwie Tonkommando ist grad am Start im Reinkampf und ich will wirklich, keine Ahnung, nicht da reingehen. Keine Ahnung, warum. Ich weiß es selber nicht. Hältst die Kamera auf jeden Fall viel, viel höher? So. Ah, es passt so. Das lass ich mal so. Zu mir und Kuhl muss er nicht so sehen. Ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, genau. So, dann pushen wir ein bisschen. Nee, nee, nee. Wat der? Wie hoch? Wie hab ich für eine Reichweite hatte der bitte, alter? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, das ist übrigens mein erstes Video, was ich hier aufnehme. Ich nehm eigentlich immer Splatoon, also nach der Reihenfolge so, wann es kommt. Ich nehm eigentlich immer so, ey, jetzt verkacken wir. Ich nehm eigentlich immer Splatoon auf, danach, äh, Mario Kart 8 Deluxe. Ja, Mario Party werde ich ja immer drei Folgen bringen. Und ja, äh, Mario Party werde ich auf jeden Fall nicht die Ergebnisse wieder in die Videobeschreibung packen, das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Aber ich wollte noch töten. Okay, geklaut. Ja, weil ich jetzt die 25 Minuten mache und ich kann irgendwie nicht über 30 machen. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, warum. Frag mich irgendwie auch. Down. Okay, okay. Ich konzentriere mich jetzt hier ein bisschen. Okay, wir müssen das eher noch gewinnen hier. Oh ja, genau. Oh, ich habe noch reingetötet, nice. Aber der Spaß wird bald vorweil gehen. Das ist ein bisschen traurig. Es ist auf jeden Fall traurig. Also ich prüfe, also Notenfolge, ich verpolisiere alles hier am Wochenende. Okay. Komische Soundeffekte gerade waren da. Ich habe hier Fall low gemacht. Das ist auf jeden Fall one shot. Ich muss irgendwie Low Speed irgendwie reinmachen. und dann habe ich irgendwie nicht. Tänzer Trommelshopper. Der ist nicht so gut. Der ist echt nervend. Ja, ich kann übrigens nicht so oft Videos machen. Jeden Tag bemühe ich mich auf jeden Fall Videos zu machen. Aber die Zeit ist ja auch nicht so krass. Ich habe auch noch Schule und so. Komm her. Ja, habe ich noch. Wir sollten eigentlich wieder gewonnen haben, oder? Das war knapp. Ich denke, wir haben gewonnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt knapp hier, Mensch. Ja, wir haben gewonnen. Cool. Elf Minuten erst. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier mache ich der Beste. Ich nehme mal eine andere Waffe. Ich habe ja heute die Waffen genommen, die ich nicht so gut bin. Ein bisschen üben noch. Ich nehme jetzt eine andere Waffe. Gucken wir mal, wie ich mit der bin. Oder mache ich hier Low Speed rein. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Oh, Arowana Center. Cooler Sache. Ich weiß, ich habe gerade eine richtig, richtig dumme Waffe gewählt. Ihr seht es jetzt. Ja. Eine Sniper. Ich bin der letzte Scheiß mit der Sniper im Moment, Leute. Ich bin so schlecht mit Snipen. Ohne Scheiß. Sogar in Fortnite bin ich ultra schlecht. Aber dann möchte ich sogar ein bisschen besser haben. So tun wir nicht der absolute Nug damit. Ich bin so schlecht. Whoa. Und da ist ein Kind. Das Paar. Scheißer. Oh Mann. Oh Gott, ich bin hier so der snoop jeden fall nachladen und zwar ist aber aller ich bin schon richtig gut eingehen mit der sniper obwohl ich richtig schlecht bin oh nein alter ich bin ohne scheiß gut okay ey alter was geht mit mir ab ich war eigentlich früher immer richtig schlecht mit sniper aber ich bin relativ gut so ich setze mal hier mein ulti ein bis ich noch sterbe hier nein der roller der roller hat alles rein jetzt schade aber ich bin echt gut aus seinem finde ich also nicht gut sondern ich bin relativ okay mit snipen es geht auf jeden fall klar ich bin ja nicht der beste sein aber ich finde ich bin sehr sehr gut und so von meiner seite aus so und wir rösen gerade die gegner ein bisschen habe ich noch bekommen voll gespammt und mann aber sniper ich dachte ich bin sehr schlecht in snipen aber ich bin eigentlich relativ gut finde ich ich muss mich aber mehr zusammen konzentrieren also kippen wir bitte momente scheiße der trommelför hat alles ruiniert jetzt verkacken wir sogar noch scheiße wir waren sogar am anfang in führung aber haben wir jetzt verkackt schade aber ich finde ich bin echt gut in snipen also ich finde echt ich bin sehr gut ja wir haben das match leider verkackt jetzt ja war noch knapp am ende schade 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 schokolade schade coole sache ich nehme jetzt mal ein anderes sniper guck mal ob ich mit der gut bin ich habe übrigens zweimal aufbrauch genommen und einmal regeneration so sieht es auf jeden Fall auf mein setz gut ich nehme mal ein anderes sniper ich guck mal obwohl ich nehme ich nehme jetzt mal den kaligrafen und guck mal wie ich mit dem bin gucken wir mal so backfills stationen und ich habe nicht den kaligrafen genommen nämlich noch eine andere waffe die wir vielleicht sehen ja die airbrush mg die habe ich auch denke ich mal ewig nicht mehr benutzt wo ich lebe keine ahnung lebe 15 oder so war ich kann jetzt sogar ein screenshot neunblenden das war mein allererster screenshot ins platoon denke ich mal ja genau airbrush mg oder sg was ist sg rg sg gibt es gar nicht nur in platoon 1 denke ich mal die sind eigentlich sehr sehr gut hier oh mein gott ich wäre fast gestorben ja mein kill haha cool ok ja jetzt habe ich eigentlich keine neuigkeiten mehr so ich will noch ein bisschen noch in marika erzählen ich weiß gar nicht genau in marika online kommt auf jeden fall auch noch und sorry dass ich übrigens ja habe ich schon gesagt dass sie nicht so oft platoon äh was ist das tun also nicht so oft stimmt doch eigentlich äh dass ich nicht so oft meine party mache ich mache ja zweimal pro tag ein bisschen so nicht zweimal pro tag sondern zweimal pro woche meine party und tut mir sehr leid dass ich ein bisschen hinterher bin statt andere youtuber andere youtube sind schon bei partner party oder so ich habe mich schon ein bisschen gespoiert ich denke mal ihr wisst schon was das ist ja ich ich bin ein bisschen hinterher tut mir leid so ja den camper legen wir erstmal weil die gegner sind ja richtig schlecht gerade so erstmal hier schicken ein paar bomben hier ok alter wir sind das ist ja unglaublich ey wie gut wir sind ah ich war nicht mal in den klecksroller drunter aber ja leute klecksroller am start hallo die musik überhaupt neu oder nicht jumper ich habe ihn doch ey der leckt einfach nur dieser klecksroller der leckt ultra hart so jumpen wieder alles die eine mein rekord war übrigens 2400 ich habe ihn eigentlich erledigt aber ja kennensackleckser alles klar ja moin ja moin ja moin ja moin youtube gibt es schon seit 18 jahren und es sollte dann Geschichte sein wir kacken gerade wieder das gibt es doch nicht ne der kennt meine controller schüttel mhm verrückt hier jumpen was soll man gegen den tintenstock machen alter ihn von oben abknallen geht das überhaupt oder nicht ich habe keine ahnung ich weiß nicht aber noch gewonnen keine ahnung wie wir das gemacht haben 2,7% aber ja haben trotzdem gewonnen äh 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 bis zunächst mal bis dann und tschau tschau äh 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 äh